Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort. Ja, wieder mit mir alleine. Heute gibt es die Paten. Ja, die ersten Paten für unsere beiden Tierchen Rosalie und Hanfred stehen fest. Die gebe ich gleich bekannt und lese auch die Geschichten vor. Aber ihr habt ja vielleicht gerade oben rechts gesehen, dass ich noch einen Effekt hatte. Ich hatte mir einen Nachtsichtrang nochmal genehmigt und habe die Partikel tatsächlich ausschalten können. Also wenn wir das nächste Mal im Neta sind, dann gibt es keine nervigen Blasen mehr. Also wenn einen das nervt, dann kann man das ganz leicht unter den Grafikeinstellungen machen. Wenn ihr hier auf Option Grafikeinstellungen und hier Partikel. Wenn ihr die auf Minimal macht, dann ist eigentlich das ganze Rumgefliege um ein Umzu ist dann eigentlich weg. Und man hat dann wieder freie Sicht. Also nur für diejenigen, die es interessiert, wollte ich das mal erwähnen. So, genau. Unsere Paten. Ja, ich habe mich für zwei Leutchen schon entschieden. Die Geschichten haben mir sehr, sehr gut gefallen. Es gab natürlich wieder viele andere Geschichten, die mir super gut gefallen haben. Und ja, ich freue mich, wenn wir neue Tiere haben und ich die Geschichten dann irgendwann vielleicht auch mal vorlesen kann. So, dann würde ich sagen, fangen wir an mit unserem Hahnfried. Und der Hahnfried bekommt als Paten die Smilla. Ich hoffe, du bist ein Mädchen. Ich gehe mal davon aus. Und Smilla hat geschrieben, Hahnfried, alter drei Jahre, Geburtstag, 18.06.16. Geschichte. Hahnfried wurde auf einem Bauernhof geboren. Nach zwei Monaten wurde er mit noch 108 weiteren Hühnern und Hähnen in einen Lkw geladen, in dem sie alle zu einem Schlachthof gefahren wurden. Als sie angekommen waren, öffnete ein Angestellter die Lkw-Tür und trug die Hühner, die in Kartons transportiert wurden, in eine große Halle. Der Karton, in dem Hahnfried saß, hatte ein kleines Loch, durch das es ihm irgendwie gelangt zu fliehen. Er rannte nun sofort in einen nahegelegenen Busch, in dem er sich versteckte. Als es dämmerte, fuhr der Lkw weg. Am nächsten Tag kam zufällig Mulenja und Mercondo vorbei. Hahnfried ergriff die Chance und fing laut an zu gackern und rannte dem beiden entgegen. Nein, rannte zu dem beiden, steht da, Entschuldigung. Mulenja und Mercondo konnten nicht anders, sie mussten ihn mitnehmen. Mulenja nahm ihn hoch und ging mit Hahnfried und Mercondo ins Resort, in dem er jetzt schon seit zwei Jahren glücklich mit seinen Hühnerfreunden lebt. So, das ist die Geschichte hinter Hahnfried. Finde ich total schön, hat mir wirklich gut gefallen. Herzlichen Glückwunsch! Und natürlich hast du auch ein Schild, jetzt wollte ich schon fliegen, so gewöhnt von Tiny City irgendwie, man fliegt mal eben durch die Gegend. Ja, da ist dein Schild. Pate von Hahnfried ist Smilla. Okay, gut, ja, sehr, sehr schön, freut mich. Also wirklich herzlichen Glückwunsch, du bist der erste Pate im Resort von unserem allerersten Tier. Ist ja sogar auch wirklich eines unserer ersten Tiere, ne? Hahnfried und Nagels waren die ersten zwei Tiere, die hier überhaupt in irgendein Gehege eingezogen sind. So, dann machen wir weiter mit dem nächsten Paten. Und zwar geht es da um unsere Rosalie und da ist Pate geworden, die Nanni. Ja, Nanni schreibt, das Geburtsdatum von Rosalie ist der 3.7.2008. So, Rosalies Geschichte. Rosalie wurde auf einer Schweinefarm eines Hobbybauern geboren. Dort lebte sie glücklich mit ihren Geschwistern, bis sie wie die anderen Ferkel verkauft wurde. Sie hat allerdings einen Gen-Defekt, welcher sie kaum wachsen ließ und aufgrund dessen sie nicht die erste Wahl der Schweinezüchter war, die die anderen Ferkel kauften. Eine Dame aus der Nachbarschaft des Bauern kam ab und an auf den Hof, um mit der Frau des Bauern Kaffee zu trinken und hatte erfahren, dass die Ferkel gerade zum Verkauf standen. Sie war schon immer sehr tierlieb gewesen und bereits stolze Besitzerin zweier Wellensittiche. Die Dame konnte es sich nicht verkneifen, sich die Ferkel anzusehen, obwohl sie wusste, dass es ihr schwerfallen würde, ohne ein Schweinchen wieder heimzugehen. So ging sie in den Stall und betrachtete die Kleinen aufmerksam. Als der Blick auf das kleinste der Ferkel fiel. Was ist denn mit dem putzigen Kerlchen? Es ist zu klein. Fragte die Dame. Keine Ahnung, vermutlich eine Störung oder nicht genug Milch, antwortete der Bauer. Das möchte ich kaufen, erwiderte die Dame, ohne zu zögern. Von diesem Tag an lebte Rosalie, wie sie von der Dame getauft wurde, ein glückliches, verwöhntes und umsorgtes Schweineleben. Zehn Jahre lang, bis die Dame sich aufgrund eines Schlaganfalls nicht weiter um Rosalie kümmern konnte. Schweren Herzens musste Rosalie nun abgegeben werden. Durch eine Anzeige in der Zeitung erfuhr Mulenja von Rosalie und dem Schicksal ihrer einstigen Besitzerin. Sie handelte sofort und konnte Rosalie nur wenige Tage später endlich abholen und ins Resort bringen. Anfangs wagte sich Rosalie noch nicht viel aus einer der Verstecke im Gehege. Aber inzwischen ist sie wieder ein selbstbewusstes, glückliches und verspieltes Schwein. Und trotz ihrer geringen Größe eine große Bereicherung für alles und jeden, den sie je kennengelernt hat und kennenlernen wird. So, das war die Geschichte von der Nanni. Also wirklich eine tolle Geschichte. Hat mir wirklich gut gefallen, ist mir total ans Herz gegangen und ich habe dann gedacht, naja, okay. Also wenn mich eine Geschichte so berührt, dann muss es die natürlich auch sein, ne. Und auch du hast natürlich, ich will schon wieder fliegen, hast natürlich dein Schild am Gehege der Schweine bekommen. Und zwar hier, Pate von Rosalie ist Nanni. Herzlichen Glückwunsch euch beiden! Ich überlege noch, könnt ihr ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ich überlege noch, ob ich diese Geschichten über die Paten eventuell auf unserem Discord-Server ein wenig öffentlich mache, dass halt jeder nochmal nachlesen kann, wer ist Pate von wem und so Dinge halt. Also das fände ich, glaube ich, ganz, ganz nett, dass man die vielleicht dann doch nochmal irgendwo einsehen könnte. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Lust drauf hättet und Interesse dran hättet oder ob ihr sagt, ne, also das reicht schon irgendwie, wenn du das vorliest, dann ist das in Ordnung. Lasst es mich doch bitte wissen. So, ich sehe gerade, guckt mal hier, voll hässlich. Da muss ich aber nochmal ran. Na, durch den Pfad. Das ist mir, ist mir ja in Tiny City total aufgefallen gewesen jetzt beim Bauen und jetzt fällt mir das hier auch auf. Ah, naja, okay. Okay, machen wir gleich. Aber als allererstes, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, bestimmen wir natürlich ein neues Patentier. Und ich würde sagen, wir nehmen wieder ein Hühnchen und ein Schweinchen. Mehr haben wir ja momentan noch nicht in den Gehegen. Deswegen, ähm, bleiben wir hier bei unseren beiden Tierarten. Hallo, na, Lisbeth, Nuggets. Planschi. Du, du magst das, ne? Ja, ja, du magst das. Und du auch, ne? Harald. Und Hanfred. Hanfred ist ja nun schon weg. Hanfred hat ja nun schon seinen Paten. Und, ähm, genau, deswegen Nuggets, Lisbeth. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Wir rennen da hinten rum. Wir haben doch noch einen, der nicht im Wasser ist. So einen kleinen Einzelgänger. Ach nee, ihr seid gar nicht Einzelgänger. Hanno und Chico. Was macht ihr zwei denn hier hinten? Macht ihr Dummheiten? Nein? Doch? Ich glaube euch kein Wort. Ihr macht bestimmt Dummheiten. So, ich würde sagen, unser nächstes Patenhühnchen wird, äh, Chico. Wenn ihr Pate von Chico werden wollt, dann denkt euch doch eine tolle Geschichte über ihn aus. Chico. So. Genau, dann gehen wir noch zu den, ähm, Schweinen und suchen da auch noch ein Patentier aus. So viele Türen. Das ist mir gerade aufgefallen. Mensch, da brauchen wir aber viele Türen, bis man da raus ist. Hallo? Oh, Mortadella. Na? Geht's dir gut? Ja? Schön. Also, wir haben da Mortadella. Wer bist du denn? Inga? Es wird dunkel, ich muss mich entscheiden. Wen nehmen wir denn? Oinki? Schweinli? Miss Piggy? Oinki? Schlittchen? Wo ist denn Rosalie? Peppa Pig? Rosalie? Bist, bist du's? Ja, das ist Rosalie. Hast du dich versteckt, ne? Mhm. Okay. Ähm, ich würde sagen, Miss Piggy. Miss Piggy wird unser nächstes Patenschweinchen. So, schnell aufschreiben. Nicht, dass ich vergesse, welche Tiere das sind, ne? So, Miss Piggy und Chico sind dann die nächsten Patentiere. Wo habe ich denn jetzt mein Bett hingestellt? Jetzt muss ich erst mal überlegen hier. Schnell ins Bett legen. Ähm, genau. Und da könnt ihr jetzt euch eine tolle Geschichte ausdenken. Ähm, vergesst nicht den Namen des Tieres dazu zu schreiben, damit ich weiß, welches Tier ihr als Patentier haben wollt. Ihr könnt eure Geschichten mir zukommen lassen, wie ihr das möchtet. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt mir das über YouTube Privatnachricht schreiben. Ihr könnt das über Discord schreiben. Das dürft ihr euch also aussuchen. Das ist, ähm, völlig egal. Da gucke ich mir alles durch und, ähm, such mir dann da die schönste Geschichte raus. Wer, ähm, ja, nicht möchte, dass andere schon die Geschichte lesen, weil man die vielleicht immer wieder einschicken möchte, dann, ähm, nehmt auf jeden Fall eine Privatnachricht und nicht unbedingt den öffentlichen, ähm, ja, den öffentlichen Kommentar, sodass es eben noch keiner sehen kann. Okay, so, dann bin ich mal gespannt, was wir da wieder für tolle Geschichten kriegen für die beiden. So, ähm, genau. Was wir noch haben, ist ja ein neues Tier des Monats. Es gab auch schon ein paar Fakten, die, ähm, hängen wir dann, denke ich, entweder im nächsten oder übernächsten Part auf. Und, ähm, wenn ihr dann noch Fakten habt über Kühe, wenn euch da irgendwas zu einfällt, einfällt natürlich, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Genau, unsere Kuh. Kuh. Apropos Kuh. Wir müssen das Kuhgehege fertig machen. Da machen wir jetzt weiter. Ähm, mit der, mit der Treppe bin ich hier ja so, also, äh, Treppe, Brücke, Brückentreppe. Ja, da bin ich ja so ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie wir das machen wollen hier. Ähm, ich hatte das ja eigentlich gesagt, ihr solltet das, ne, also, ihr habt ja bestimmt einige Ideen, die ihr da in die Kommentare geschrieben habt. Ähm, nur noch habe ich das gar nicht gelesen, weil wir ein bisschen, ähm, vorweg aufgenommen haben, ähm, weil wir ja eben, äh, den Ferienplan jetzt dann haben. Ähm, wenn ihr also euch wundert, was da los ist, ähm, parttechnisch, warum zu wenig kommt oder so, dann guckt doch bitte in den, ähm, Uploadplan. Der kommt am Montag. Am Montag um 14 Uhr gibt es den neuen Uploadplan, äh, und da könnt ihr dann schon mal gucken, wie dann die nächsten drei Wochen das aussieht mit dem Upload. Welche Videos wann kommen und, ähm, genau, dass ihr euch dann nicht wundert irgendwie ab Montag, dass ihr denkt irgendwie so, hm, irgendwas ist hier verkehrt, ähm, da passt was nicht. Ne, das ist also alles so, so gewollt für die nächsten drei Wochen. Okay, so, ähm, ich würde jetzt einfach erst mal, bevor ich mich jetzt hier wahnsinnig mache, wobei ich schon eine Idee habe, aber, ähm, bevor ich mich jetzt da komplett irre mitmache, ähm, machen wir einfach hier jetzt weiter. Machen einfach mit dem Gehege weiter und, ähm, ja, gucken dann nochmal, wie wir das mit der, mit der Brücke machen. Hier würde ich, ähm, einfach drüber weggehen, ja, vielleicht könnte man da einen kleinen Bogen reinmachen. Oh, das wäre vielleicht toll. Moment. Ein kleiner Bogen wäre vielleicht ganz toll. Da, da habe ich ja noch die Dinger. Ähm, okay, dann müssen wir natürlich die zwei auch austauschen, ne? Seid nicht unser Händler mal wieder da? Ne. Das ist so schade, dass der weg ist, weil der hatte nämlich, ähm, der hatte Farbstoff, also schwarzen Farbstoff dabei. Wir haben sowieso keine Smaragde, wir könnten nichts kaufen, aber, ähm, man kann ja dann vielleicht mal gucken, dass man irgendwie ins Dorf geht und mit den Leuten handelt, dass man dann auch mal ein bisschen was bekommt ans Smaragde. Dann kann man nämlich mit den fahrenden Händlern ganz gut handeln. So, ähm, dann brauche ich jetzt noch da. Mal gucken, ob das überhaupt nach was aussieht am Ende. So, genau. Ja. Ja, warum auch nicht, ne? Das so machen. Hm. Okay, na gut, da muss natürlich ja noch Gitter oder irgendwas rein, ne? Also, so lassen können wir das ja nicht, dann brechen unsere Kühe ja aus, ne? So. Genau. Und hier unten würde ich dann tatsächlich Gitter reinmachen. Ich glaube, Gitter würde dann da am besten aussehen. Wir müssen uns gleich mal ein bisschen Schwarzeichenholz besorgen, nämlich kaum noch was an, ähm, an Balken hier oder Stämmen und dann können wir uns auch gleich, äh, ein wenig Dingsen besorgen, äh, Eisen für Gitter. Hier ist Eisen, das nehme ich mal mit, vielleicht können wir das einfach mal ein bisschen brennen. Also, Schwarzeichen, Treppen, also Stufen und sowas, das haben wir ja noch genug, aber, aber den Rest nicht. Also Stämme nicht. Sind die denn schon gewachsen? Oh ja, ein paar, okay. Gut. Ich müsste mal mein, mein Werkzeug neu verzaubern, da habe ich auch noch gar nichts drauf. Also so langsam, mal gucken, also, ähm, ne XP-Farm wäre da wirklich nicht schlecht. Äh, ja, aber wir haben, also, Eisen, haben wir noch, äh, zwei Barren hier. Das ist ja nun nicht viel. Das brennt. Habe ich noch irgendwie, ne, da gibt es auch nur noch ein, also diese Klumpen. Ja, okay. Nehmen wir erstmal so hin. Wir gehen jetzt erstmal Bäume fällen, bis wir dann wieder da sind, ist dann wahrscheinlich auch das Eisen durch und dann können wir uns ein bisschen, ähm, Gitter machen. So. Ich finde ja, ne, das Resort wird schon schön. Ich mag das ja schon. Schon hellauf begeistert irgendwie. Wenn man jetzt hier so lang läuft, also hier jetzt natürlich gerade im Moment nicht, aber wenn man so ins Resort kommt irgendwie und so ein bisschen rumläuft, dann, ähm, macht das schon ein bisschen was aus. Das ist schon schön geworden, also, gefällt mir schon. Ich bin, bin gespannt, wo es noch hingeht. So. Schere habe ich jetzt auch keine, ne? Schwarzeichen Laub zu sammeln wäre nämlich auch mal eine tolle Sache. So. Äh. Huch. Beinahe über See. Ja. So, jetzt haben wir jetzt ja dann die, ähm, Kühe hier. Und, ähm, da müssen wir noch gucken, was noch an Tiere jetzt hier in dieses Bauernhofsthema kommt. Ich habe das jetzt aktuell gar nicht im Kopf, was wir da, ähm, gesagt hatten. Im Discord-Channel findet ihr da auch eine Liste. Wenn ihr da, ähm, ja, die Pins anklickt, da findet ihr dann die Liste mit den, ähm, Tieren, die wir ja schon, äh, biomtechnisch, die Nani hatte das damals ja so toll gemacht, eine Liste erstellt, wie, ähm, also welches Tier in welches Biom passt und eben auch in welches Thema. Und, ähm, genau, und da können wir dann nochmal gucken, was hier dann noch eben, äh, ins Bauernhofthema soll. Und ich würde als nächstes, es wurde sich Akazie gewünscht, also eben, ähm, Steppe, ne? Ist ja, Akazie ist ja eher, ja, so ein bisschen steppig, ne? So ein bisschen, ja, Savanne, steppig, so in die Richtung geht das. Und, ähm, ich würde ganz gerne, äh, mit dem Dschungelthema anfangen. Ich weiß, wir haben noch keinen Dschungel gefunden, wir haben die ganzen Sachen dafür noch nicht, aber ich würde da wirklich noch, äh, gerne nebenher auf die Suche gehen nach einem Dschungel und, ähm, würde gerne das Dschungelthema anfangen. Allerdings, ähm, parallel zum Savannenthema. Also ich denke, wir können ruhig zwei, ähm, Gebiete dann machen, ne? Sobald wir hier mit dem Bauernhofthema natürlich durch sind, vorher nicht, vorher fangen wir da nichts Neues an. Aber dann würde ich ganz gerne tatsächlich, ähm, Dschungel und, ähm, dann eben die Savanne anfangen. Einen Dschungel habe ich eine, eine total, ja, nette Idee im Kopf. Da würde ich gerne, ähm, viel mit Flüsschen machen und so. Und, ähm, vielleicht, dass man mit einem Boot da irgendwie durchfahren kann oder so. Also das schwebt mir gerade so ein bisschen vor. Und das würde ich ganz gerne umsetzen. Und da fände ich es eben ganz toll, wenn wir damit rechtzügig dann anfangen könnten. So, ähm, irgendwie, irgendwie renne ich hier gleich planlos rum. So, ähm, den Rest kann da durch diesbauen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Es ist die Frage, wie groß muss dieses Kuhgehege? Es muss natürlich noch ein Stück, ne? Ja, also ein Stück muss es auf jeden Fall noch. Das wäre sonst viel zu klein. Und ich hatte mir überlegt, eventuell dann doch einen richtigen Stall zu bauen. So wie unsere Scheune. Halt in klein, ne? Also so ein bisschen einen offenen Stall, aber dass der eben nicht so, ja, so ganz zu ist, sondern dann tatsächlich, ähm, mit einer offenen Ecke, dass die Kühe da jederzeit rein und raus können. So, ähm, ich würde von hier jetzt in die Richtung gehen. Und hinten dann eventuell so ein bisschen uneben lang gehen. Also, dass man vielleicht einmal außen, ja, so fast direkt an der Resort-Mauer dann eben lang geht. Können wir dann noch die Bäume wegmachen. Ja, und hier könnte man dann eben mit dem Weg weiter und hier vielleicht tatsächlich mal nur ein kleines Wäldchen oder so noch. Vielleicht mit einem Picknickplatz oder sowas. Das wäre dann ganz passend. Guck, vielleicht können wir das hier auch erhalten. Und wir hatten ja früher auch im Resort ein, oh, guck mal, hier habe ich einen Stein vergessen, ähm, einen kleinen See, ne? Ihr erinnert euch bestimmt, wo, ähm, Louis und Clark, unsere freilaufenden Hühner, die wir permanent einfangen mussten und, ja, vom hinterm Berg wieder herholen mussten und so, die waren ja immer hinterm, ähm, Fledermaus-Hügel doch, ne? Da, da hatten wir ja das Pflegedammhaus-Dings drin, ne, in diesem Berg hier. Und da sind die immer hinter verschwunden, weil wir hatten den, den See, glaube ich, irgendwo da angelegt. Oder die waren, die waren hier im Bach oder irgendwas drin, ne, genau. Ich glaube, das war hier in diesem Stück Fluss, wo die beiden drin waren. Also, es war schon, war schon nett irgendwie. Und das würde ich halt gerne wieder machen, dass wir eben, ähm, ja, wieder freilaufende Tiere auf jeden Fall da haben. Wir haben hier ja auch noch den Vorschlag gehabt mit den Bauernhofskatzen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze umsetzen, weil ich noch nicht weiß, ähm, die hauen ja ab, ne? Die sind ja weg dann irgendwie. Also, man müsste die Mauer fertig machen und man müsste Tore machen. Also, dass man irgendwie, ähm, ja, ich weiß nicht, ein großes Tor macht. Willkommen im Thema Bauernhof, bababab. Und das eben mit, äh, Türen oder sowas, dass man eben da reingeht. Man kennt das in Zoos, ähm, wenn man, wenn man zum Beispiel in Themengebiete wechselt, man hat immer diese großen Tore. Selten hat man Türen. Türen hat man meistens dann nur, wenn man tatsächlich in einen Bereich kommt, wo, ähm, die Tiere eben nur durch Zäune abgegrenzt sind, wo sie eigentlich rüber könnten jederzeit, ne? Also, nur mit so Balken oder so. Und, ähm, ja, so, so in die Richtung habe ich mir das gedacht, dass man dann einfach so Tore macht, ja? Die man dann zumacht, in dem Fall hier, weil eben freilaufende Tiere ja vorhanden sind, ne? In anderen Gebieten, wo dann eben keine Tiere freilaufen, da kann man dann ja eben nur das Tor lassen und die Türen weglassen. Aber da machen wir uns nochmal Gedanken zu. Jetzt würde ich erstmal den Part beenden und, ähm, ja, wir sehen uns im nächsten. Denkt dran, wenn ihr Parten werden wollt von Chico oder Miss Piggy, dann, ähm, schreibt doch eine nette Geschichte und lasst sie mir zukommen. Dazu könnt ihr die privaten Achtengerichten von YouTube oder Discord nutzen oder ihr schreibt es einfach in die Kommentare. Okay, dann, ähm, noch das Liken, Teilen und Kommentieren des Videos nicht vergessen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, bis denn. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020